Es gibt Momente, die ihr nur mit euren Freunden erleben könnt. Ich werde nie genug davon kriegen. Es gibt Augenblicke, die echt magisch sind. Das ist ja sowas von cool. Wir müssen zusammenhalten. Es gibt Filme, die einfach einzigartig sind. Bis später, Leute. Auf, auf und auf. Die Disney Channel Movies. Filme von uns nur für euch. Jeden Montag 20.15 Uhr. Nie wieder Nachtsitz. Nie wieder Ohrfeind. Nie wieder Stress. Nie wieder, nie wieder. Das ist völlig easy. Wirklich? Disney ist große Pause. Jetzt. Vorhang auf für Cody Stone. Let's do magic. Er ist cool. Er ist einmalig. Seine Zaubertricks außergewöhnlich. Becher können bei mir schweben. Und ich versuch's jetzt auch mal. Sein Publikum fasziniert. Die magische Serie mit dem Jugendmeister im Zaubern, Cody Stone. Magic Attack. Heute, 19.20 Uhr.